Oh Gott, wie schau ich denn aus? Ah, okay, so. Bupi-like. 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 So, was ist man da? Bupi-like. Was haben wir denn da? Bupi-like. Bupi-like. Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Danke. Okay. Bupi-like. 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 Die Mauern greifen an. Sie sind überall. Lass sie nicht zu unserer Basis. Zu spät. Sie haben das Kasteig gestürmt. Ah. Sie haben… Haben die Basis. Schlagt sie zurück. Auf die Maurer. Ihre Rüstung ist zu stark. Sie tragen Fahrradhelme. Wo ist der König? Du bist ein richtiger Kackmeister. Weiß. Kommt da irgendwas? Oh, blitzig. Kann man nochmal spülen? Nein. Da kann man rausgehen, okay. Ja. 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 Was kann man da? Oh, blitzig. Schade. 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 Okay. uns haben ja alles du ich kann irgendwas man da auch nicht da auch nicht und da ich habe weiter ja ja ich mach schon die tue auf wir brauchen dich ja ja cool hast du gesehen wie krass der könig ist niemand ist so stark hier du schaffst uns nicht alle die lichter aus lange zeit start feld und und Geil. Na, was machen wir noch? Warte mal, nochmal mit X und A. Schade, ist nicht down. X und A. Let's go. Jawoll. Zeig's ihm, König. Oh Mann, ist der immer noch nicht dort? Los, wir müssen ins Kastell. Geht zur Seite oder sterbt. Wir gehen durch diese Tür. Niemals. Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Lego. Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. Ein Drache? Das ist der Drache der Brötchen. Er ist sauer. Hm. ja weil ich bloß den feuer hat im haus bleibt nicht da stehen wo er dich erwischt ok wenn ihr feueratem kriegt dann kriegt unser könig den hammer der gottes herrschaft unter von der straße drecks plagen geil wie ich gerade sagen wollte keiner hält den könig auf er ist allmächtig die 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 Sooo? Ha 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 ha! Geil. Ein bisschen vermögeln. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Ja, ja, ja. Nur zu, eure Hoheit! Benutzt einen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Ah, ist er. Zum Kastell! Gehen das, äh, ja. Oder? Und jetzt? Hallo? Ah. Ah, okay. Ah, okay. Oh, ja. Oh, ja. Geht ihn nicht an, ihr Heiden! Gebt den Barren frei, sonst bekommt ihr's mit dem König zu tun! Der König! Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb! Ganz recht! Und wenn ihr nicht, äh, Moment, Moment, wo ist der Zauberer? Äh, ich dachte, er wär bei euch? Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen! Psss! Psss! Der Zauberer ist fort! Mein Name ist Kuhl, ich komm aus der Zukunft! Hey, wir wollten das nicht mehr spielen! Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch! In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden! Ich muss das Team wieder zusammenbringen! Hey, nicht einfach das Spiel wechseln! Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab! Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden! In der Zukunft! Syndikat? Klingt ja nun mal zu groß für Kuhn & Friends! Willst du etwa, dass die Scheiß-Freedom-Perls die Katze finden? 100 Dollar einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom-Perls, Alter! Genau! Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller! Kuhn-Alarm! Kommt, Kuhn-Freunde! Holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck! In der Zukunft! Kuhn & Friends, sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen! Wir sind ja Superhelden und ihr Loser! Oh, hallo! Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller! Alles ne, und weiter! Okay, gut! Wollen wir da noch irgendwas? Erik und seine Freunde sind so fantasievoll! Wow! Das wollte ich jetzt nicht wissen! Oh Gott! Tja, die Kamera schlagen! Oh Gott! Oh Gott! Die, die Kamera schlagen! Wir fielen mal ab! Er ist toll, das ist das? Und was ist das? keine ahnung hast du dich ausgesperrt leider hat der kleine eric die tür mit einem schloss gesichert damit ich nicht reinkommen bestimmt hat er den code hier irgendwo aufgeschrieben okay so irgendwann code oh yeah ich muss noch anfangen Es ist ein langes Leben, als du kannst. Ich bin ein Donut. Hier ist es Ago. ich kann nur anfangen christmas lisa tro gsp mom david gsp 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das musste mal sein. Vielen Dank. Okay, was hat das gebracht? Gar nichts. Okay. Ich glaube, ich schreibe mir das nochmal auf. Okay. 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 Ich weiß bloß nicht. Das habe ich noch nicht geschaut. Ja, Officer, irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen Sie das? Geil. Also. Frik. Dich. Mom. Kannst du dich daran erinnern, dass die Freedom Pals schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben sechs. Uns fünf und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Moskito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar, Moskito, schwirr. Human Kites, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Wusch. Super Crack. Blitzfreak, du flitzt mit einer übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn, verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich hab den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Darks Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug hab ich zum Schutz vor Human Kites Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Super Crack? Super Crack, hier Kuhn, hörst du mich? Super Crack, scheiße, wo bist du? Ich wiederhole, scheiße, wo bist du, Super Crack? Na super, ist jetzt das Sicherheitssystem kaputt, was soll der Scheiß? Normalbürger haben im Kuhnversteck nichts zu suchen. Wir spielen Superhelden und du bist kein Superheld, also verpiss dich, okay? Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mal das The Furnacee-Gerät da drüben. Dieses Gerät. Du findest echt das The Furnacee-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Noch einmal und wir sind alle tot. Kacke, hör auf. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Okay. Du bist tot. Okay. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen, die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Moskito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Furnacee- Entschuldigung. Ja dann, ich weiß es, bla bla bla. Supercrake, Supercrake, hier Kuhn, hörst du mich? Das hat ja ewig gedauert. The Furnacee-Gerät aktiv. Pip, 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 pip. Du willst also ein Superheld werden, mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen, vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Moskito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Nicht da! Das ist Moskitosplatz. Okay, um Superheld zu spielen, du brauchst eine Superhelden-Persönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Kunstergram ausfüllen. Hast du einen Kunstergram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Kunstergram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur drei zur Auswahl. Brutalist. Spedster. Brutalist. Blaster. So, die Felsenflamme auf geht. Blaster kannst du aktivieren. Entfernung auszahlen. Brutalist. Ja. Spedster. Spedster. Was für ein kleiner Moment für dich? Bist du aufgeregt? Als rechtslegen in den Ackerliefen. Okay. Sprünge enthelfen. Hm. Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Okay, Saftsack. Aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Gut. Sam auf. Schöpfe